Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Wir haben vor zwei Wochen, ziemlich genau, ja auf den Tag genau, die, jetzt lasst mich nicht lügen, die SQ3R-Methode ausprobiert und haben die so ein bisschen mit der sogenannten PQ4R-Methode vermischt. Das heißt, wir haben uns vorher so ein bisschen die einzelnen Lerntechniken oder auch Studientechniken, wie man sagt, angesehen und haben uns dann ja eine Vorgehensweise aus beiden zusammen gebastelt und sind der dann gefolgt. Und zwar habe ich da vor zwei Wochen, ja zum ersten Mal seit meiner Eigenexamsvorbereitung und das ist jetzt nun mal auch ein Weilchen her, ein bisschen Europarecht gemacht und es ging da um den europarechtlichen Staatshaftungsanspruch, von dem ich fairerweise vorher noch nie gehört hatte. Das war ja auch die Idee des Tests, dass man wirklich etwas komplett neu erlernt mit dieser Studientechnik. Wir werden gleich auch nochmal kurz darüber sprechen, was ich da genau gemacht habe. Und dann zu schauen, kann man sich die Dinge wirklich besser merken und ist auch dieser Lernprozess effektiver oder effizienter oder am besten beides. Dass man also im Gegensatz dazu, dass man einfach nur den Text liest und versucht, es zu verstehen und aufzunehmen, wirklich einen Mehrwert daraus ziehen kann, dass man diese Methoden anwendet oder dieses Mischmasch aus den beiden Methoden. So, also um kurz auf die Methode zurückzukommen und dann den Selbsttest hier zu machen, indem ich gleich einfach jetzt genau zwei Wochen später, nachdem ich es gemacht habe, ohne es bislang wiederholt zu haben, versuchen werde zu reproduzieren, was ich vor zwei Wochen gelernt habe, werden wir einmal kurz über die Methode nochmal schauen und dann schauen, ob das stimmt, was ich vermutet habe, nämlich, dass ich mit bestimmten Teilen dieser Technik doch gute Ergebnisse erzielen kann und ihr natürlich auch. Zu dieser Methode zunächst einmal. Die Idee dieser Methode, wenn wir jetzt die beiden mal über einen Haufen werfen, ist, dass man sich immer zuerst einen Überblick verschafft, indem man zum Beispiel eine Zusammenfassung des Textes liest, den man erarbeiten möchte, falls es eine gibt, dass man jetzt versucht, irgendwie anhand der Überschriften oder der dogmatischen Hinweise, die vielleicht im Text gesetzt sind, so einen Überblick bekommt, worum geht es eigentlich. Im zweiten Schritt soll man dann anhand dessen, also dieses Kurzeinstiegs, dieses Überblicks, Fragen formulieren, die man später versucht, nach dem Lesen des Textes zu beantworten. Also man soll versuchen, Fragen zu formulieren, die darauf abzielen, dass der Text sie beantwortet. Wir werden später auch noch darüber sprechen, was gegebenenfalls das Problem dieser Methode ist und wir werden auch vor allem gleich anhand des Selbsttests sicherlich nochmal sehen, ob die Methode so eins zu eins funktioniert oder wir sie modifizieren müssen. Im dritten Schritt liest man natürlich dann den Text, dann rekapituliert man ihn, soll also heißen, man rezitiert das, was man gerade gelernt hat und in den letzten beiden Schritten soll man ja nochmal die Fragen beantworten, die man vorher gestellt hat und soll ja einen Rückblick machen, in dem man schaut, wie kann man das Ganze jetzt in den Gesamtzusammenhang bringen, also wozu passt jetzt das, was ich gerade gelesen habe und welche Möglichkeiten gibt es, das gerade Gelernte praktisch anzuwenden. Also für uns Juristen heißt das insbesondere, was für Fälle kann ich mir dazu vielleicht basteln. Das war so ganz grundsätzlich erstmal die Methode und das, was ich jetzt gleich machen werde, ist ein sogenannter Active Recall, heißt, ich werde versuchen, das zu reproduzieren, was ich vor zwei Wochen gelernt habe und zwar anhand der Fragen, die ich mir formuliert habe, nachdem ich nur die Überschriften und den Titel des Textes hatte. Das heißt, ich wusste nur, es geht um den europarechtlichen Staatshaftungsanspruch, ich kannte die Überschriften, die waren hier im größten Teil gleichbedeutend mit den Prüfungspunkten dieses Anspruchs und dann habe ich anhand dieses Überblicks habe ich versucht, Fragen zu formulieren. Die werde ich euch gleich auch nochmal verlesen und dann werde ich einfach versuchen, aus dem Gedächtnis darauf zu antworten. Und das Ganze mache ich natürlich jetzt nicht, um zu zeigen, wie toll ich mich an die Dinge erinnern kann, die ich vor zwei Wochen gemacht habe. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, aber ich habe auch in den ganzen Tests, die ich insbesondere mit meinen Studenten durchgeführt habe, gemerkt, dass unsere Gedächtnisleistungen nicht so weit voneinander entfernt sind. Also bei den meisten pendelt es sich doch in einem sehr ähnlichen Bereich ein, wann wir Dinge reproduzieren können und wann wir sie vergessen. Ich glaube, das wird überschätzt, diese mega guten Gedächtnisse, die die einen haben sollen, die anderen können sich Dinge überhaupt nicht merken. Ich glaube, es liegt immer auch an der Technik, wie man die Dinge erlernt hat. Und deswegen haben wir das ja auch gemacht, diese Studientechnik ausprobiert und wollen heute sehen, ob sie funktioniert hat. Ich werde jetzt also einfach mal das Dokument öffnen, euch die Frage vorlesen und dann einfach mal abladen, was ich dazu noch weiß. Meine erste Überschrift, die ich also in mein separates Dokument übernommen habe, war, was ist eigentlich die Rechtsgrundlage des Anspruchs? Und meine Fragen dazu waren, ist die Rechtsgrundlage umstritten? Kann der europarechtliche Staatshaftungsanspruch auf staatshaftungsrechtliche Ansprüche aus dem deutschen Recht gestützt werden? Wird er vielmehr auf ein übergeordnetes Prinzip gestützt? Ist er womöglich gewohnheitsrechtlich anerkannt? Und auf welche Normen des Europarechts könnte man den Anspruch zurückführen? Da habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, dass es da die zwei Gesetze gibt, die mir dazu einfielen, nämlich AEUV und EUV. Und jetzt werde ich einfach probieren, abzuladen, was ich dazu noch weiß. Die Rechtsgrundlage war umstritten, aber nicht nur die Rechtsgrundlage war umstritten, sondern auch das Verhältnis des deutschen Amtshaftungsanspruchs zu diesem europarechtlichen Staatshaftungsanspruchs. Es wurde also insbesondere angenommen von einem Teil, ich weiß jetzt nicht, wer das war, Literatur oder wer auch immer, wurde angenommen, die beiden stünden in Idealkonkurrenz. Das heißt, die seien nebeneinander anwendbar. Und die andere Auffassung ging davon aus, der europarechtliche Staatshaftungsanspruch trete im Wege der Subsidiarität hinter dem deutschen Amtshaftungsanspruch zurück, solange dessen Voraussetzungen oder solange beide Voraussetzungen der jeweiligen Ansprüche erfüllt seien. Die Rechtsgrundlage des Anspruchs war in jedem Fall umstritten. Was nicht umstritten war, waren die Prüfungsvoraussetzungen, sodass man natürlich den Streit rund um die Rechtsgrundlage nicht entscheiden musste. Es gab verschiedene Möglichkeiten, diesen Anspruch herzuleiten. In der Tat gab es das übergeordnete Prinzip des Effetutil, entschuldige ich meinen Französisch, wie immer, ist ein bisschen her. So, dann konnte man das auf, ja, jetzt wird es langsam schwierig, ich glaube 238 Absatz 2a EUV stützen oder auf 8 Absatz 3 EUV und beide Vorschriften ohne Gewehr. Da habe ich schon vor zwei Wochen gemerkt, es wäre ultimativ wichtig gewesen, das ist das, was ich immer predige hier, die Vorschriften dann auch nach dem Text direkt zu lesen und nachzuvollziehen und drüber nachzudenken. Habe ich nicht getan. Mein Fehler, ihr könnt es besser machen. In dem Sinne, hätte ich glaube ich die Vorschriften genau gelesen, könnte ich jetzt auch sagen, welche es waren. Die vierte Möglichkeit der Herleitung war ein allgemeiner Aufopferungsgedanke des Europarechts, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, es war so oder so ähnlich. Das waren jedenfalls die vier Möglichkeiten. Wie gesagt, die Tatbestandsvoraussetzungen des Anspruchs waren unumstritten. Dazu kommen wir jetzt gleich auch noch. Jetzt gucke ich mir meine Fragen nochmal eben an. Gewohnheitsrechtlich anerkannt würde ich insofern jetzt einfach erst mal von der Rechtsgrundlage des Anspruchs abhängig machen. Denn wenn die Voraussetzungen anerkannt sind allgemein und auch bei allen Herleitungsmöglichkeiten gleich, ist es ja eigentlich relativ egal, worauf wir den Anspruch am Endeffekt stützen. Wir hatten EFÜTITIL als übergeordnetes Prinzip genannt. Wir hatten die Normen genannt des Europarechts, auf die man den Anspruch gegebenenfalls zurückführen könnte. Wir hatten da 238.2 und 8 Absatz 3. EUV genannt. Also einmal AEUV, einmal EUV. Das ist das, was ich dazu jetzt gerade noch so weiß. Ansonsten zum Verhältnis von den beiden. Ich hatte gesagt Idealkonkurrenz. Ich hatte gesagt Subsidiarität. So für den Augenblick kann ich das nicht mehr wiedergeben, was da noch stand im Text. Wir werden das gleich mit dem Text nochmal abgleichen und schauen, was wirklich noch drin stand und was ich vergessen habe. Wichtig ist, lass nicht zu schnell nach, wenn du das, was du gelernt hast, nicht direkt wiedergeben kannst. Also Kram wirklich im Gehirn. Weil je mehr du das Gehirn in dem Fall oder in deinem Gedächtnis anstrengst, desto besser können sich Dinge langfristig einprägen. Nicht zu schnell aufgeben, wenn man eine Frage mal nicht beantworten kann oder etwas nicht wiedergeben kann, was man gelesen hat. Wirklich einfach mal auch 10 Minuten Zeit nehmen und versuchen, wo in meinem Gedächtnis ist das abgespeichert und wie kriege ich es jetzt wieder raus. Ganz wichtig, um sich Dinge eben besser merken zu können. So, meine zweite Überschrift war Verstoß gegen eine Rechtsnorm des EU-Rechts, die bezweckt dem Einzelnen Rechte zu verleihen. Jetzt habe ich mir dazu drei Fragen seinerzeit notiert und ich weiß noch, dass diese Fragen vom Text nicht beantwortet wurden, weil der Text zu diesem Prüfungspunkt schlichtweg einfach keine Hinweise enthielt. Deswegen werde ich die Fragen jetzt einfach mal zurückstellen. Ich kann euch später sehr gerne die Fragen und auch den ganzen Text noch mal in einer separaten Datei zusammenstellen, wenn ihr da Interesse dran habt, um es vielleicht auch selber mal auszuprobieren mit etwas zeitlichem Abstand. Dann werdet ihr aber merken, die Fragen, die ihr bei diesem Prüfungspunkt formuliert, die werden so vom Text nicht beantwortet. Das ist dann der Text entsprechend schuld. Das wollen wir mal einfach ausklammern. So, dann haben wir hier die Frage, ob eventuell, mal eben das Mikro hier ein bisschen leiser machen, genau, auch ein hinreichend qualifizierter Rechtsverstoß vorliegt. Und die Fragen, die ich dazu formuliert hatte, waren, wird durch das Erfordernis hinreichend qualifiziert eine Erheblichkeitsschwelle geschaffen und sind Rechtsverstöße anzunehmen, die unbeabsichtigt sind, auszunehmen, Entschuldigung, sind Rechtsverstöße auszunehmen, die unbeabsichtigt sind. So, dazu. Ich weiß noch genau, ja, es gab eine Erheblichkeitsschwelle. Das war das eine. Und genau offenkundig mussten die Rechtsverstoße auch sein. Das heißt, jedes Mal, wenn der Gesetzgeber untätig blieb, obwohl er musste, grenzte das an Vorsatz. Und ein Verschulden war für diesen Anspruch nicht erforderlich. Das habe ich mir dazu gemerkt. Ich glaube auch, dass das alles war, was man dazu wissen sollte. Nächste Überschrift war unmittelbare Kausalität zwischen dem EU-Rechtsverstoß und dem entstandenen Schaden. Die Fragen, die ich formulierte, waren, sind hiermit dieselben Kausalitätskriterien anzulegen wie im bürgerlichen Recht. Ist Unmittelbarkeit eher eng oder eher weit zu verstehen? Kommt es auf Adäquanz und Schutzzweck der Norm an, also Kategorien, die wir aus dem Zivilrecht kennen. Wie wird der Schaden ersetzt beziehungsweise was ist eigentlich die Rechtsfolge eines solchen Anspruchs? Wird da einfach nur der objektive Verkehrswert ersetzt oder gelten die 249 fortfolgende oder und oder gelten die 249 fortfolgende darüber hinaus? Zu diesem Prüfungspunkt. Also im Endeffekt war darunter auch nichts anderes zu verstehen als Adäquanz. Deswegen würde ich sagen, war dieser Begriff Unmittelbarkeit eher weit zu verstehen. Das habe ich mir gemerkt. So, der Anspruch war auf den, war auf Schäden gerichtet, auf den Ersatz von Schäden. Deswegen muss natürlich auch ein Schaden entstanden sein. Das haben wir auch in der Überschrift schon festgehalten. War auf den Verkehrswert gerichtet, meine ich, wenn ich die Frage jetzt so beantworten müsste. Jetzt merke ich gerade, dass es hier in dem Moment auf jeden Fall schwieriger wird, das noch wiederzugeben. Woran das genau lag, darüber müssen wir noch nachdenken. Das ist zumindest das, was mir gerade so einfällt. Also heißt es eigentlich auch nur Adäquanz, können wir festhalten. Unmittelbare Kausalität, ja, natürlich auch Konditius hier in der Kornon, aber es ist dann relativ klar. Und ersetzt wird der Verkehrswert, der objektive Wert, der Substanz zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so passend ist. Klammern wir es mal aus. Ich bin mir hier an der Stelle wirklich zu unsicher. Müssen wir aber danach denken, wie wir das vielleicht in den Griff bekommen. So, das ist auf jeden Fall das, was ich mir an Fragen formuliert hatte, bevor ich den Text im Endeffekt dann gelesen habe. So, jetzt das, was darüber hinaus kam. Das Problem, was sich am Ende noch stellte, ich weiß, das war in so einem didaktischen Hinweis, gesetzt inkursiv, wer eigentlich der richtige Anspruchsgegner sei. Bund oder Land war da die Frage. Was da der genaue Hintergrund war, das fällt mir jetzt gerade schwer wiederzugeben. Dann hatten wir auf jeden Fall im Text noch was dazu stehen, quasi anknüpfend an das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, Verhältnis von deutschem Amtshaftungsanspruch zum europarechtlichen Staatshaftungsanspruch. Da wurde nämlich teilweise vertreten, dass der europarechtliche Staatshaftungsanspruch gar keinen eigenen Anwendungsbereich habe, sondern komplett im Deutschen aufgehe. Und für diejenigen, die meinten, der habe einen eigenständigen Anwendungsbereich, da würde quasi der, einfach nur der deutsche Amtshaftungsanspruch um die Voraussetzungen ergänzt, genau, die fehlen würden beim europarechtlichen, Entschuldigung, beim deutschen Amtshaftungsanspruch, sodass man einfach beide zusammenwirft. Das heißt, wir hätten in der Prüfungsreihenfolge im Endeffekt ergänzt, um das, was der europarechtliche Staatshaftungsanspruch als Voraussetzungen nennt, die wir eben schon genannt haben, die auch in den Überschriften standen, genau, die würden dann den deutschen Amtshaftungsanspruch ergänzen, bedeutet, wir hätten auf der zusätzlichen, also zusätzliche Voraussetzungen auf jeden Fall noch keinen Ausschluss über 839.3 ist es, glaube ich, auch im allgemeinen Rechtsgedanke. Jetzt wäre natürlich, wäre es natürlich angebracht, ich würde in die Vorschriften aus 839.1 in Artikel 34 Satz 1 einmal BGB, einmal GG gucken, traue ich mir mal zu, dass ich das noch zusammenbekomme, auch wenn ich sie jetzt aus dem Kopf nicht alle komplett kriege, aber eins fällt mir noch ein, Drittbezogenheit der Amtspflichtverletzung. Dieses Merkmal soll um das Merkmal des hinreichend qualifizierten Rechtsverstoßes entweder ergänzt oder dadurch ersetzt werden, das wird auf jeden Fall von einer Ansicht so gesagt, da kann ich mich im Text durchaus dran erinnern. Genau, kein Ausschluss nach 839.3. Jetzt muss ich mir überlegen, ob noch irgendwelche anderen Kriterien anzulegen sind oder andere Voraussetzungen, die sich nicht schon im europarechtlichen Staatshaftungsanspruch finden. Genau, jetzt also leider schlechtes Vorbild hier ohne Gesetz, aber das ist das, woran ich mich so erinnern kann. Okay, jetzt gehe ich noch mal kurz durch, ob noch irgendwas war, was ich sagen wollte und was mir jetzt aber bislang nicht eingefallen ist. Naja, ich glaube für ein Testergebnis ein erstes reicht das. Ich mache jetzt hier einfach mal den Cut. Ich habe jetzt fast eine Viertelstunde versucht, das alles noch mal durchzugehen gedanklich. Und ja, jetzt mache ich mir mal das Dokument auf mit dem ganzen Text. Dann überfliegen wir den Text mal eben kurz zusammen und schauen uns an, was davon so gar nicht jetzt gefallen ist. Also, was das Verhältnis zwischen EU- rechtlichem Staatshaftungsanspruch und Amtshaftungsanspruch des deutschen Rechts angeht, hatte ich bereits alles gesagt. Da muss ich nichts ergänzen. Dass die Voraussetzung klar ist, hatte ich auch gesagt und dass es auch um Schadenssatz geht, auch. Dann kamen die Voraussetzungen, die genannt wurden. Dann ging es um die Rechtsgrundlage. Im Rahmen der Rechtsgrundlage, ja, jetzt merke ich auf jeden Fall auch, dass ich die Normen hätte lesen sollen damals. Neben dem Effetitil des EU-Rechts aus 4 Absatz 3, nämlich nicht 8 Absatz 3 EUV, wie ich vermutet hatte, gibt es noch eine Analogie zu 3,40,2. Hier stimmte also nur der Absatz, wie ich jetzt 2,38,2 abspeichern konnte, kann ich gerade nicht sagen. Und dann war es nicht der allgemeine Aufopferungsgedanke des Europarechts, sondern der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts. Ich denke, darüber kann man hinwegsehen. Der Gedanke ist sicherlich der gleiche. So, dann kamen wir zu der Frage, hinreichend qualiteter Rechtsverstoß, offenkundig und erheblich, hatten wir gesagt. Der Gesetzgeber, wenn er nicht tätig wird, grenzt an Vorsatz, haben wir auch gesagt. Und wir brauchen ansonsten kein Verschulden. Das war alles dabei. Jetzt die Frage, unmittelbare Kausalität ist im anderen nichts anderes als Adäquanz gemeint. Haben wir auch gesagt. Jetzt haben wir den Begriff Adäquanz nicht erklärt. Das hätte ich aber wohl noch hinbekommen. Adäquanz ist ja alles, oder adäquat ist alles, was nicht außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit liegt. So, und dann ist die Frage, wie sind jetzt die Voraussetzungen, darüber haben wir auch eben gesprochen, das deutsche Amtshaftungsrecht einzupassen. Das ist umstritten. Genau. Es gibt Teile der Literatur, die modifizieren lediglich den Amtshaftungsanspruch, soweit dies erforderlich ist. Dann würde es regelmäßig genügen, da hatten wir darüber gesprochen, das Tatbestandsmahl, Drittgerichttheit der verletzten Amtspflicht, durch das Merkmal Verstoß gegen eine Rechtsordnung des EU-Rechts, die bezweckt, dem einzelnen Rechte zu verleihen, zu ersetzen. Okay, das hatten wir, hoffe ich, so aus meiner Erinnerung von eben, gesagt. Nach dieser Auffassung gibt es keinen eigenständigen Staatshaftungsanspruch des EU-Rechts, sondern einen im Bedarfsfall nur EU-rechtlich modifizierten deutschen Staatshaftungsanspruch, da hatten wir darüber gesprochen, der wird dann um die Voraussetzungen ergänzt. Das schlagen auch BGH, Bundesverwaltungsgericht und Teil Literatur vor. Es gibt einen eigentlichen EU-rechtlichen Staatshaftungsanspruch, der wird aber durch 839 34 ergänzt. Genau, das war das, was wir gesagt hatten. Dann kommen die Voraussetzungen, also hier unter anderem Handeln unterlassen für einen Träger öffentlicher Gewalt, das kennen wir auch aus 839 1. Dann Verstoß gegen die Rechtsnorm, hinreichend qualzierter Rechtsverstoß und Schaden, das sind alles Voraussetzungen, die wir auch aus dem EU-rechtlichen Staatshaftungsanspruch kennen. Und mit unserer Kausalität kannten wir auch daraus. 839 3, der Anspruchsausschluss, genau, und wer der richtige Anspruchsgegner ist, hatten wir auch gesprochen, Bund oder Land. Jetzt kommt dieser letzte Absatz, an den ich nicht mehr richtig erinnern konnte. Das EU-Recht verlangt keine Garantiehaftung des Bundes. Es genügt, wenn derjenige Rechtsträger, der gegen das EU-Recht verstoßen hat, auch alleine haftet. Artikel 4, 3 Satz 1, Grundgesetz ist anwendbar. Demnach müssen diejenigen Bearbeiterinnen in Klausuren, die einen Verstoß des Gesetzgebers in Bundesland NRW und nicht des Bundesgesetzgebers gegen das EU-Recht annehmen, zu einer Haftung des Bundeslandes NRW gelangt. Gut, ist jetzt hier als, wie gesagt, didaktischer Hinweis gegeben, ist dann jeweils von der Klausur im Einzelfall abhängig. Aber ich bin überrascht, dass ich das im Wesentlichen auch noch so wiedergeben konnte, dass jedenfalls der Anspruchsgegner, der passiv legitimierte, ein Stück weit ein Problem darstellt, je nachdem, wer haftbar gemacht werden soll. Okay, das war alles. Das heißt, ich bin positiv überrascht eigentlich davon, dass ich jetzt einiges davon noch wiedergeben konnte, obwohl es zwei Wochen her ist. Auch hier nochmal der Hinweis, es geht jetzt hier nicht darum, euch zu zeigen, wie toll ich mich daran erinnere, sondern um euch zu zeigen, dass diese Technik offensichtlich doch sehr gut funktioniert hat. Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir relativ lang letztes Mal darüber gesprochen haben, ob das vielleicht eine doofe Idee ist, die Fragen am Ende nicht nochmal zu überarbeiten. Weil eventuell die Fragen einen ja im Text auf das sensibilisieren, was diese Fragen beantwortet und dass man darüber hinaus alles vergisst. Das war jetzt ehrlich gesagt aber gar nicht der Fall, muss ich sagen. Ich konnte mich an fast alles erinnern. Das Einzige, was ich nicht richtig hinbekommen habe, war eigentlich die Normen. Und das hätte man auf jeden Fall abstellen können. Da bin ich zu 100 Prozent von überzeugt. Und ja, ich glaube, dass es im Wesentlichen alles, was ich hier gesagt habe, auch in dem Text stand, beziehungsweise andersrum. Alles, was im Text stand, habe ich auch gesagt. So, ja, klasse. Eigentlich dann insofern eine super Methode. Kann ich jetzt einfach so einwandfrei die oder beziehungsweise uneingeschränkt die Empfehlung aussprechen, dass ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Denn normalerweise mache ich es immer so, dass ich versuche, die Sachen, die ich gelernt habe, nach einer Woche zu wiederholen. Das ist so der Richtwert, den ich geben kann, mit dem ich sehr gut fahre. Diese kurzen Wiederholungsabstände halte ich nicht so viel von mit Blick auf die Frage, wie lange kann ich mir die Sachen dann wirklich behalten. Also ich würde die Wiederholungsabstände so weit stretchen, wie es eben nur geht. Deswegen ist für mich eine Woche eigentlich ein guter Richtwert. Und dann versuche ich halt in den nächsten zwei bis drei Wochen noch einmal zu wiederholen. Dann schraube ich das natürlich in den Abständen immer größer, sodass ich das letzte Mal irgendwie nach drei Monaten oder so nochmal wiederhole. Ich habe also viele Sachen, die ich kürzlich gelernt habe, mir so auf wieder Vorlage gelegt, dass ich in drei Monaten mir die Dinge nochmal angucke und schaue, ob ich sie wirklich dann auch noch reproduzieren kann. So, aber jetzt ist es zwei Wochen her. Ich brauchte im Wesentlichen nur die Fragen und meine kleinen Stichpunkte und konnte alles dazu nochmal sagen. Ob das jetzt auch ohne die Fragen funktioniert hätte, steht natürlich in den Sternen. Aber das ist ja auch nicht diese Methode. Die Methode steht ja gerade darin, dass man die Fragen formuliert, damit man sie später beantworten kann. Dass man vor allem auch so ein bisschen Neugier weckt auf den Text. Dass man quasi dafür motiviert ist, die Fragen zu beantworten, die man vorher gestellt hat. Also insofern super cooles Konzept. Ich poste jetzt einfach nochmal die Vorgehensweise grundsätzlich, wie das funktioniert. Einmal in der Datei. Dann haben wir noch diesen europarechtlichen Schatzhaftungsanspruch, den Überblick, den ich dazu habe und die von mir im Vorhinein formulierten Fragen. Mache ich euch eine Datei zu, könnt ihr dann alles in einem Ordner runterladen. Ja, und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hat auf jeden Fall sehr Spaß, mal diesen Test zu machen. Ich werde auf jeden Fall auf die Methode nochmal zurückgreifen, weil die jetzt für mich hervorragend funktioniert hat, muss ich einfach mal so sagen. Und ja, wenn ihr mehr solcher Methoden erfahren wollt und vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen wollt, wie sich das bei mir entwickelt, wenn ich zum Beispiel auch eigene Methoden entwickle oder wenn ich über irgendwelche Lerntechniken referiere, ihr wollt vielleicht die Podcasts nicht mehr verpassen, ihr wollt immer mal auch exklusive Inhalte von mir kriegen, die ich sonst nirgendwo poste, dann gibt es das alles nur auf der Mailing-Liste. Und auf die Mailing-Liste kommt ihr, indem ihr unten in der Videobeschreibung auf den Link klickt. Da könnt ihr also auf einen Schlag direkt drei Unterlagen von mir runterladen. Das ist ein Bonus-Video, das ist ein ganzes Skript und meine sogenannten 13 Tipps für den findigen Juristen. Gibt es alles auf einen Schlag, wenn ihr auf die Mailing-Liste kommt, so als Dank dafür, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Und ja, im Wesentlichen hoffe ich, dass ich euch damit schon geholfen habe und ihr in Zukunft dann mittwochs abends euch auf meine E-Mails freut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und ja, freue mich darauf, auf das, was ich in den nächsten Wochen mit euch teilen kann. Das wird richtig super. Es geht jetzt in den nächsten Wochen hier richtig zur Sache und ich bin gespannt, ob ihr, ja, ob ihr genauso gespannt seid auf die Sachen, die ich mit euch teilen möchte, wie ich das bin. Also bis dahin. Ciao.